Heute sind wir so ein bisschen exotisch unterwegs und zwar haben wir ein Weißwein aus der Toscana. Toscana ist ja vor allem berühmt für Rotweine, entweder vom Landesinneren, vom Chianti, oder dann vom Meer her, ein bisschen kräftigeren Weinen. Und es gibt wenig Weißwein, der in der Toscana gut gedeiht. Was aber sehr gut wächst, ist der Vermentino. Der mag die Brise vom Meer, der mag viel Sonne. Und die Winde kühlen, die reden nachts ein bisschen ab, sodass sie schöne Frische behalten. Das ist in der Toscana sehr wichtig beim Weißwein. Und der Vermentino hat eine tolle Besonderheit. Der hat eine wunderschöne Frucht, macht so ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Aprikosen, ein bisschen Birne und hat aber auch immer so leicht kräuterige Töne. Und so ist das ein super speisender Gleiter. Da ist Parade gerichtet zu, sind so gegrillte Tintenfischringe mit ein bisschen Thymian und ein bisschen Knoblauch mit dazu. Gerne auch ein bisschen Chili, wenn es mag. Und dann vielleicht noch zwei Tropfen von so einem schönen, grünlichen, leicht scharfen Olivenöl. Das macht richtig Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe's. Bis zum nächsten Mal.